Nachladen Und Tür auf Oder auch nicht Okay Oder auch nicht Hä? Jetzt aber Was müssen wir denn machen? Geht zur Kapelle Ja gut, aber Was ist hier los? Gut Bleiben wir halt da drauf Sonst mag er nicht filmen So Laufen da so ein paar Spinner rum? Nö Was ist ein Ach das ist eine Schule Ist hier irgendwie noch Irgendwo Batterien drin Oder sowas Ah lecker Fische Gedärme Schön Wunderbar Frag mich noch Warum sie die Angehörige hier mal umbringen Alle Warum tun sie das nur? Das wäre aber Ein Bombenbatterieversteck gewesen Hier Na gut Was haben wir hier noch So schönes? Da ist nochmal ein Briefchen Ziel Die Kinder sollen ihre Pflicht Nicht für Fürchten Sondern Sich an ihren Erfreuen Denn sie sichert ihnen Ein Platz im Himmel Denkt dran Im Himmel ist kein Schmerz Papa gab dir Leben Und dein Leben ist sein Gott gab dir Leben Und dein Leben ist sein Du kannst der Feind sein Ohne es zu wissen Angst ist die Waffe des Feindes Gott kennt den Weg Beschäftigt Den Studieren Der War Rettet Jonah Vor dem Ertrinken Jesus In der Wüste Mit Satan Abraham Tötet Isaac Im Herzen Projekt Engel Zeichnen Wer könnte der Feind sein Gut Wenn man vom Bett grießt Ah Wollte gerade sagen Wir kommen da nicht raus Hätten wir wirklich rausfliegen dürfen Mal unter uns Wo zum Henker Wie ist diese beschissene Kapelle jetzt So als Fluchtweg Ich denke das wird auch nichts Ah was liegt hier noch Schönes Mama Frau Carsten hat gesagt Ich darf Nicht sagen was sie Machen Wenn Aber sie hat Nicht gesagt Dass ich nicht Schreiben darf Bitte Lass sie mich Nicht töten Ich liebe dich Und Papi Juliana So Schön Cool Wie komme ich da hin Was stellen Das machen wir hier mit Das schaffen wir Ja Kapelle 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 Jacqueline Ga K Prü K 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 Das ist doch die Kapelle, oder? Ja, da liegt noch was. Ja, im nächsten Leben vielleicht. Heilen wir uns mal. Schön, pauschal erstmal, keine Ahnung haben wir aber hin müssen. Gut, hier mal nicht. Oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man. Wenn du rennst, bist du erschöpft. Fünf Meter ist er gelaufen. Lauf, 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 lauf. Wir ziehen's durch. Ich denke wir müssen's hier auf zweimal machen, aber wir versuchen's auf einmal. Wir müssen auf zweimal. Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch. Ja, wo ist jetzt? Ja, komm. Da war sie, die doofe Kuh, die hat mich nicht mehr gefunden. Komm schon, komm schon, komm schon. Was? Hä? Ah. Kirre. Uh. Hat die doofe Kuh uns aber schon ausgemustert. Jedes, 245? Was steht da noch? Gehe zur Kapelle. Okay. Mann. Wollen wir's aufnehmen? Das wäre schön, wenn's nochmal Tag werden würde, ne? Aber nö. Ah. Da ist er. Gibt es hier noch irgendwas? Was leuchtet zum Einsammeln? Ich dachte, da wären die jetzt noch mal. Hier gibt es nichts. Gibt es hier was? Ich kam schon, das wäre der perfekte Platz gewesen, um hier was hinzulegen. So, dann halb ich hier, ne? Diese Knochen tragen die Sünde keins. Ruhe in der Erde, bis du auferstehst. Der Feind wartet in einem der bekannten Leib. Möge der Herr meinen Kiefer als Knochenkeule verwenden. Zahle meine Schuld für die Sünde, meine Geburt. Die Hölle wartet nicht. Sieht cool aus. Der doofe Husten. Türe zu machen, ne? Vergiss es. Um die Schrift zu lesen, da muss man nochmal studiert haben. Das filmt der nicht. Ach, der ist ja festgenagelt. Ah, hier kann man sich verstecken. Gut zu wissen. Was ist, was du? Wer ist? Mein Name ist Blake. Der Außensein? Der Vater? Ich bin kein Vater von einer. Ich habe nur... Ich habe mich... Ich habe mich. Du musst mich. Noth wird zurück. Mit Mary. Er wird sie und ich... Gibt es Fußstapfen? Schade. Das war der Thron, ne? Okay. Die Option hat man jetzt wirklich nicht, ihn umzubringen. Oder? Nein. Verstecke dich im Beichtstuhl. Okay. Wir haben sie gefunden. Sie versuchen zu fliehen von der Skala, nicht die Aktionen von einer Frau, die nicht verabschieden von einer Immaculatur. Mary? Oh, Gott! Es ist mir, Josiah! Bitte, erzähl ihm ich nicht! Oh Gott, Mary, ich bin sorry. Ich wollte nicht... Gott liebt Vanity. So do I! Die Auldnerin hat diese Welt in ihrer Womb. Aber Val und seine Apostel haben den Unbekannten Geist. Der Vater ist weg. Sie werden seine Filth ein Jahr vor der Nacht. Wir haben nur diese wenige Stunden, um ihn zu finden und zu töten, und zu retten, und zu retten, diesen Paradies von Hellen. Wo ist sie? Wo war Val? Ich kann sie nicht! Ich kann sie nicht! Das ist für Sie, Josiah. Mach die Frau schreien! Nein! Nein! Wo ist die Frau? Die Frau, die die Antichrist hat! Nein! 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 Wer ist die Frau? Ja! Wöhl! Geht die Frau, ich bin. Dieser blöder Pfosten. Alter Falter. Jetzt müssen wir zu den Minen laufen. Aber wir wissen schon mal, dass halt beide noch am Start sind, also dass sie noch leben. Ich finde einen Weg zur Mine. Oh krass, wie sie das mit den Knochen angestellt haben. So wird es wohl damals gewesen sein. Okay. Mist. Mist. Woher? Woher? Ich wollte in diese Tür rein. Die war blockiert. Das war's ja echt. Das ist zu. Spring drüber. Oh gut. Jetzt haben wir auch mal den tot gesehen. Oh Gott. Herrlich. Ja. Wahnsinn. Jetzt brauchen wir nicht laufen, daher geht es nicht weiter. Ja. Ja. Auf geht's. sehr schön sind es nach unten zerrissen ah ne das ist runtergeklappt wohin da kommen wir nicht rein wirklich ernsthaft die sind alle schon tot die sind die sind die sind das tun wir uns immer noch wir können aus dem fenster raus gut ich verabschiede mich für diese aufnahme session herzlichen dank fürs zusehen und mit gruseln so mehr oder weniger so oft sind wir gar nicht gestorben das ging eigentlich ganz gut rennen ist doch manchmal die beste lösung lauf 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 lasse kommentare da und ich versuche vielleicht mal eine andere kamera zu kaufen weil ich sehe immer dass das ein zwei sekunden nämlich hinterher schleift meine mundbewegungen und ja mal schauen gut danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal danke 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 gray ich Hey, the Outsider! Hey, the Outsider! Vielen Dank.